Ach du Scheiße. Haben wir denn überhaupt Einnahmen? Wir haben gar keine Einnahmen mehr, oder? Doch, haben wir. Hui, ich hab schon gedacht, wir sind voll am Arsch gewesen. Wenn wir jetzt gerade keine Einnahmen hätten. Doch, ist richtig. Hier in diesem Bereich auch. Haben wir noch mehr Ressourcen hier jetzt irgendwie? Direkt? Nö, da haben wir noch einen alten Bunker stehen. Wir haben hier im Süden noch einen Außenposten von uns. Jetzt haben wir aufgelöst, okay. Da ist nichts mehr im Süden. Wir haben nur noch das, was hier im Norden steht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann ich eigentlich keine Panzer bauen? Äh, keine Artillerie bauen hier. Ach man. Das ist ja doof. Das bauen wir jetzt mal hier schriftlich schnell. Lagerbrech. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Diese Dinger müssen wir loswerden. Äh, die müssen wir loswerden. Die Panzer des 30. sind auf dem Weg, Sir. Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Wir haben hier Schrei-Einheit auf Schlaffeld einsetzt. Ich bin noch nicht so weit. Verdammte Scheiße, noch mal. Das könnt ihr nicht tun. So eine Scheiße. Schaffst du es, schaffst du es? Nee, schaffst du es ja nicht. Schade. Da ist immer ein Himmelsfahrtskommando, also ein Flugzeug loszuschecken. Sir, die Luftwaffe plant einen Angriff. Setzen Sie die Bofor-Flugabwehrgeschütze ein. Was tun wir? Ja, 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 ja. Das machen wir doch. Oh, wir können neue Panzer forschen. Sie schicken uns Panzer entgegen, Sir. Ich kann da nicht viel tun, Leute. Ich habe keine Ressourcen. Die Einheit gibt die Stellung auf. Meldung, Einheit steht unter Anhalten der Verschuss. Spioner sind unterwegs. Die Top-Stelle ist aufgehoben. Neues mit den Lauten zielt der Störung. Bring the noise. Die Ausgegebenen von den Namen in Position gehen. Die Enemie ist trafed. Jetzt schicken wir uns. Neuer Weg. Eine neue Team vorliegen. Sure, we are walk in the box. Feuer frei, auf Axel. Talents für Heroes. I'll see you again. Eine unserer Einheiten wurde verliegt. Eine unserer Einheiten wurde verliegt. Um alter ich. Wieso kommen keine Ressourcen an den Start? Hallo? Ihr müsst mal ein bisschen euren Arsch bewegen. Die Einheiten wurde verliegt. Nein, das ist wieder so eine Scheiß-Mission, wo man nicht vom Fleck kommt. Ja? Sir, wenn wir Dateninversion anwenden, würden die Deutschen unsere Panzer mit Infanterie-Abwehrtruppen angreifen und andersherum. Das haben wir mal angesetzt. Oder sonst was. Das ist doch ganz nützlich, oder? Sir, quick. Eine unserer Einheiten wurde verliegt. Eine unserer Einheiten wurde verliegt. Eine unserer Einheiten wurde verliegt. Sir, der Feind setzt Panzer ein. Ah, das sehe ich. Aber ich kriege ja auch kein Geld in die Kasse, Leute. Ihr müsst mir auch ein bisschen Geld geben zum Bauen, ihr kleinen Vollpfosten. Mann. Wie sie so unglaublich blöd sind. Joe, da ist diese Basis im Nordosten. Vielleicht solltest du sie einnehmen oder zerstören. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Nordosten, Nordosten. Wo ist denn hier mein Kompass? Ich habe ja keinen Kompass. Ich weiß auch nicht, wo hier in Nordosten ist. Keine Karte hier drehen, wie ich will. Ach da, diese. Okay. Ich habe keine Fallschirmspringer. Kein Geld. Ich kriege einfach kein Geld in die Kasse hier. Ah, die kommen von der Flanke jetzt auch noch. Na ju, haben wir richtig Geburtstag. Ich kann auch nichts bauen, Leute. Das haut nicht hin, Leute. Ich glaube, wir fangen von vorne an. Das bringt nichts. Ich habe falsch gebaut. Ich muss noch mal neu starten. Sorry. Besteht der hier? Neustart. Das geht gar nicht. Irgendwie haut das nicht hin. Man kommt da nicht vom Fleck. Nein, wir brauchen das Video. Ach, was? Das Video wollen wir nicht noch mal sehen. Die 82 sind fast erledigt, Sir. Wir müssen Sie schnell unterstützen. Fresse halten, einfach loslegen. So. Haben wir so ein Ding schon? So ein Ding haben wir. Können aber keine Dinger bauen hier. Bauen wir sowas erstmal. Die schnelle, ganz schnell. Zack. Dann müssen wir ganz schnell die Ressourcen sichern. Ressourcen, Ressourcen. Zack. So. So. So, Panzer forschen hier. So. Das brauchen wir auch auf die Schnelle. Ah. Das kann sein natürlich Schweine, gell? Aber es muss auf die Schnelle gehen halt. So. Dann brauchen wir hier mal... Ups. Dann brauchen wir hier mal Blitz. Dann brauchen wir hier mal Funkstelle hier. So. Wie sieht's aus? So ein bisschen aufgeräumt aus hier. Gebäude ist noch abgeschlossen. So. Ich hab mir jetzt so gedacht, das machen wir dann gleich hier. Vollständsspränge hier abschubsen. Hier in die Wälder. Hopp. Ich hoffe, die kommen. Neue Einheit erstellt. Gebäude ist noch abgeschlossen. Gebt die Feuerwehr, Sir? So. Was ist in der Nähe? Just point away. Vollständig abgeräumt. So. Any imagery reporting? Die tun wir mal hier hin. Hopp. Einheitenerstellung läuft. Wir haben eine neue Ersteuerung. Ich hab's in der Nähe. 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 Eine Einheit erstellt. So. Dann verbessern wir mal. Keine Abschubung mehr. Was? 25 kostet das Verdammter Mist. Also machen wir mal so einen hier. Bestellen wir mal hier. Direkt gut nach. Die Ausbildung bald beendet. So. Ich hab's in der Fallschirmspränge eigentlich angekommen. Ich weiß das gar nicht. Ich hab gar keine Information gekriegt. Das 30. Korps ist unterwegs. Wir müssen darauf achten, dass genug Panzer verbleiben, um durch Arnheim zu kommen. Nö, klasse. Der soll mich nicht immer wieder auf Positionen bringen, die mich gar nicht interessieren. General, Colonel Wendeler möchte Sie sprechen. Halt die Fresse. General, die Guards tun alles, um nach Arnheim durchzukommen. Aber dafür brauchen wir Ihre Feuerunterstützung. Und wenn Sie das schaffen, können Sie sich für den Rest des Krieges Freigetränke bei uns abholen. Das ist schön. Klingelt mehr möglich. Ha 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 ha. Direkt gut nach. Die Ausbildung bald beendet. Wenn wir schneller machen, man muss viel schneller gehen, dann müssen wir hier... Jawohl. An alle Einheiten im Sektor. Blitzangriff steht zur Verfügung. Wir können eine neue List einsetzen. Einheit ausrücken. Ach so, scheiße. Die sind... Ah, fuck. Auf der falschen Seite gestrandet. So eine Scheiße. Mann. So eine Kacke. Das ist doch scheiße. Ne, dann bleib mal dort. Machen wir anders. Ich hör mal... Ne, das sind Alliierte. Ach, scheiße. Ja, was auf. Dann trotzdem hier hin. Dann daheim marschieren. Einfach um zu stören. Die Panzer des 30. sind auf dem Weg, Sir. Ich aber noch nicht. So. Wir brauchen dann unsere Scheinangriffe hier. Die Einheit liegt unter schwerer Beschuss. Ihr habt von hier Scheineinheiten auf Schlagfeld einten. So. Können wir noch einen einsetzen? Nein, mehr haben wir gerade nicht. Verluste gemeldet. Ja, was zu erwarten. Einheit unter Beschuss. Wir haben diesen Panzer. Den fahren wir mal dort rein. Können wir jetzt eigentlich... Ne, können wir noch nicht. 50. Kostet zu viel. Lohn mal Hände hier. Wir brauchen die. Nass. Meldung. Einheit steht unter Anhaltender Beschuss. Wir haben eine neue Listenerhaltung. Keine Witzernöfe mehr für diesen Sektor verfügbar. Die Anhaltender in diesem Sektor begonnen. Können keine Kleinpanzer bauen. Das ist sehr störend. Man muss kein Geld haben. Einheit unter Beschuss. Das können wir jetzt nicht leisten. Sir, die Luftwaffe plant einen Angriff. Setzen Sie die Bufor-Flugabwehrgeschütze ein. Gebt mir Geld, Leute. Dann setze ich alles ein, was ihr wollt. Kein Problem. Gebt mir einfach Geld. So. So. Ich werde die Bufos nicht einsetzen. So. Naja. Paar habe ich ja. Aber die Paar müssen es halt reichen. Die Punktstelle ist aufgehoben. Ich habe einen Aufklärer. Ich habe kein Geld für Aufklärer. Ich brauche einen Artverkackten Aufklärer bei euch. Sofort. Hat nicht geklappt, ne? Ja. Ja. Die können so durch. Die reagieren gar nicht auf unsere... Herr, wir können so durchführen. 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 Wir haben ein neues Störungssystem für das feindliche Radar erhalten. So, wenn wir Dateninversion anwenden, würden die Deutschen unsere Panzer mit Infanterieabwehrtruppen angreifen und andersherum. Klingt doch ganz nützlich, oder? Joe, da ist diese Basis im Nordosten. Vielleicht solltest du sie einnehmen oder zerstören. Da komme ich ja gar nicht hin. Ich klicke immer daneben, ich falle Pfosten. Lagerbrecht, unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Sir, der Feind setzt Panzer ein. Ah, da muss ich mal einen Aufklärer einleeren lassen. Ach so, okay, alles klar. Die sind schon durchgekommen? Wir haben überhaupt null durchgekommen, klasse. Scheiße. Ach, der kommt ja da hinten rum. Ganz krass. Der fährt da hinten rum, die Sau. Ich klicke immer daneben, ich falle, aber voll Spaß. Mann! Das geht nicht, da habe ich keine Zeit für so. Ich spasse die Reihen hier. Mann! Joe, ich hoffe, Sie haben genug Flugabwehrgeschütze eingesetzt. Nein, habe ich nicht. Ich habe kein Geld. Gib mir verdammt mal Geld, dann gibt es nur Flugabwehrgeschütze. Jawohl! Verlangen die Einheiten. Das ist echt so ein Kotzen. Wir verlangen Sachen, die gar nicht gehen. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Wir sind Angriff in diesem Sektor begonnen. Neuer Befehl. Feuer auf, hier. Under Mermaid. Die Einheit wurde ausfallen. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Einheit, ähm, Feuer auf den Feind. Verluste, Gerät. Meldo, Einheit steht unter Anhalten der Beschuss. Lagerrecht. Under Mermaid. Cover and Fire. Lagerrecht. Neue Einheit meldet sich zum Dienst. Die Dark and a Lover. Schieft ihr selbst. Ja, Mann. Stress. Ich kann gar nicht... Ich kann... Ich komme gar nicht zum Sprechen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Es kommt trotzdem zu wenig Geld rein hier. War nicht das? Die Quelle hier hinten habe ich doch eingenommen. Die sind schon abgeerntet. Scheiße, die sind schon abgeerntet, die Erntelfelder. So eine Scheiße. Nichts mehr da. Alle abgeerntet. Und die sind zu weit an der Front. Die kriege ich nicht. Och, Mensch. Die Einheit steht unter schweren Beschuss. Wir flexeln die Fragments für den Dallern. Die neuen Bezederlaufen. Sie ist zerstör. Proceeding to engage, enemy. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich kann nicht so weit schießen. Schade. Mal aufklären, das ist wieder Schrott. Verdammt, diese Scheiße-Einheit da hinten. Die kriegen nicht zu packen, Leute. Gib mir mal Hilfe irgendwie. Gibt es doch gar nichts. Ich kriege nur Scheiße geliefert hier. Kein Geld, gar nichts. Ist alles leer hier. Die ganzen Felder sind leer. Für nichts. Und keine Kommandopunkte kriege ich, damit ich hier vernünftig... Und die Panzer können hier Artillerie direkt ab. Direkte Frontbeschuss. Keine Wirkung. Ich kann mir meine tollen Kampfsturzbomber nicht leisten, weil ich von dieser beschissenen alliierten Gemeinde kein Geld kriege. Ah! Ich werde bekloppt hier. Echt beschissen ist das hier. Ich hätte das Ding da hinten nicht eingenommen, weil die Leute nicht landen können. Ist da sicher? Ne, da ist nichts sicher. Alter Schwede. Hau mal weg, den Scheiß. Angreifen. Ja, Mann. Ich brauche Ressourcen immer. Ich hätte den nehmen sollen, ne? Ich trottel. So, jetzt greifen wir die an. Auf geht's. So, ein Mist. Ganz schön hektisch ist das. Was ist das denn? Die feindliche Einheiten? Natürlich. Ne, nicht da mit denen kämpfen. Gleich weg da. Du hast ja keine Chance gegen den Infanterienwald, du Pfosten. Ich brauche diesen schnellen Infanterie-Panzer. Der muss hier hin. Und das aber hurtig, Leute. An die Front mit dem hier. So eine Scheiße, Alter Schwede, ist das eine Scheiße hier. Bleibt der denn jetzt stehen? Du hast zu fahren. Lass mich meine Befehle nicht ausführen. Mann, die Güte, ist das scheiße. Ne, bleib da. Ah, es holte meine Luftabwehr runter. Äh, mein Aufklärer. Verdammt, Scheiß. Eine unserer Einheiten wurde verdichtet. Ängste, Ängste. Wir werden trotzdem unsere Sicht aufrechterhalten. Der Wald wieder sauber kriegen. Dann brauchen wir noch mal. Und noch mehr. Wo sind denn da nicht meine Panzer alle hin? Feuer! Lagerrecht! Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Die Einheit fängt auseinander. Eine Feststellung wurde zerstört. Tommy-1, Jeremy-Henler ist neu. Meldung. Einheit steht unter Anhaltender Beschuss. Ist das scheiße? Scheiße, das ist echt scheiße. Keine Windzeit dürfen mehr von diesem Sektor verfügbar. Neuer Befehl. Feuer auf Einheit bei folgenden Zielkommunahmen. Ich krieg die dann nicht weg. Ist jetzt nicht einer durchgekommen. Ich habe noch keine Strategie, wie ich der Geschichte her werde. Wir müssen jetzt gegen die Funktionalität halten. Wir müssen gegen die Funktionalität halten. So. Wir müssen jetzt nicht mehr nehmen. Wir müssen jetzt mal sagen. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir müssen jetzt mal sagen. Wir müssen jetzt mal sagen. Ja, ich brauche Ressourcen, Leute. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wir sind alle an der Front. Wie blöd kann man sein? Es ist echt beschissen. Also innerhalb seiner Bereiche keine Ressourcen zu haben. Der Nachschub ist hier echt beschissen angelegt. Der bringt gar nichts. Den kommen wir nicht ran. Ich kriege so wenig Kommandopunkte, um hier die Dinger mal aufzuklären. Ich kriege kein Geld für Flugzeuge. Also ich werde hier nur gemobbt. Ich werde direkt gemobbt von diesem Spiel. Und von diesen Leuten, die hier das programmiert haben und so weiter und so fort. Ich hasse sie alle. Ja. Ihr seid echt ganz große Helden, Leute. Ich kann auch nichts schicken. Meine Güte, das ist nichts. Hier ist nichts auf dem Feld. Guckt mal an. Das ist eine Riesenfläche, habe ich hier hinten. Aber nicht eine Ressource auf diesem Feld hier. Wollen wir da unten auch truppen? Wir kommen nicht zur Unterstützung. Hier ein alter Bunker noch. Die haben wir vorhin schicken gelassen. Eine Scheiße. An den komme ich nicht ran. Habe ich ja eben schon verloren. Das ist alles wertvolle Ressourcen, die uns fehlen. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan, wie ich das jetzt machen soll. Ich muss das mal schneller machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich dener aus dem Waldgräber und zwei Stück. Wo? Wo denn? Ach, da oben. Ja. Herzhaftes Problem. Ich komme da leider nirgends durch. Da habe ich keine Chance. Das ist reine Ressourcenverschwendung. Darauf zu hören. Das ist reine Ressourcenverschwendung. Vielen Dank.